Hallo und herzlich willkommen bei DICTUM. Gekeilte Holzverbindungen sind vielseitig einsetzbar, wie man hier sieht. Was es dabei zu beachten gilt, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Welche Steigung sollte der Keil haben? Ist ein flacher Keil besser oder ein breiterer Keil besser? Es kommt darauf an, was man mitmachen möchte. Beim Keil wirkt die sogenannte Selbsthemmung. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht hier, das ist ein Profilhobelalter. Und da sieht man das recht gut, da wird das Eisen ja nur durch den Keil gehalten. Also ich kann den Keil eintreiben und das reicht aus, der Druck, der in der Verkeilung entsteht, um das Eisen in der Position zu halten. Wäre der Keil jetzt zu steil, also wäre er breiter und steiler, dann würde der Keil nicht so halten, weil die Kräfte ganz anders wirken. Ich zeige das mal an diesen beiden größeren Keilen hier. Einer von diesen Keilen, da wirken jetzt die Kräfte entsprechend in diese Richtung. Also sie laufen quasi, wenn man sich die Längsachse des Keils anschaut, laufen diese Kräfte, die hier seitlich selbsthemmend wirken, laufen fast im 90-Grad-Winkel. Bisschen weniger, aber fast im 90-Grad-Winkel auf dieser Achse zu. Sobald ich den Keil jetzt diese Steigung verdoppel, also ein bisschen steileren Keil draus machen würde, sieht man schon, laufen diese Vektoren, diese Kräfte in einem ganz anderen Winkel und die Selbsthemmung ist deutlich geringer, die dabei entsteht. Beides hat durchaus seinen Sinn. Wenn ich also eine Verbindung machen möchte, die dauerhaft hält, wo der Keil in der Verbindung verbleibt, dann wähle ich besser einen Spitzenkeil mit einem flachen Winkel. Während wenn ich eine Verbindung machen möchte, die ich eventuell wieder lösen möchte, dann kann ich einen etwas steileren Keil, einen breiteren Keil machen. Breitere Keile sind auch ein bisschen stabiler und die lassen sich, wie gesagt, dadurch, dass sie eben die Selbsthemmung nicht ganz so groß ist, auch wieder leichter aus der Verbindung heraustreiben. In dem Zusammenhang ist auch wichtig zu wissen, dass wenn man jetzt zum Beispiel die Möglichkeiten hat, dass man eben zwei schmale Keile setzen kann, die halten deutlich besser in einer Verbindung als ein breiter Keil. Wenn ich die Verbindung, wie gesagt, die Möglichkeiten habe, zum Beispiel bei einem Zapfen, den verkeilen möchte, dann nehme ich eben zwei schmale Keile, halten besser als ein breiter Keil. Damit verkeilte Holzverbindungen gut halten, sollte die Faserrichtung, also die Holzfaserrichtung im Keil, möglichst in der Richtung auch des Keils, in der Längsachse des Keils sein, so wie hier. Hier sieht man das sehr schön. Hier haben wir durchgehende Fasern im kompletten Keil und dieser Keil wird optimalen Halt liefern. Wenn ich das nicht mache, wenn ich die Keile mit Querholz zuschneide, so wie hier, können wir mal vergleichen. Also ich nehme mal hier diesen kleinen Keil, lege den hier rein, versuche den abzubrechen. Also mit Längsfasern ist mir das kaum möglich. Wenn ich aber jetzt diesen Keil hier nehme und den hier reinstecke, brauche ich zwar ein bisschen Kraft, aber der wird an dieser Stelle, wo eben die kurzen Fasern sind, brechen. Deswegen, wenn die Verbindung nachher halten soll, schneide ich den Keil immer so zu, dass eben die Fasern da möglichst in den Keil, durch den Keil hindurchlaufen. Ich kann mir das allerdings zunutze machen mit diesen kurzen Fasern. Wir haben das im Fensterbau zum Beispiel gemacht, wo wir die Fenster, Holzfenster eingebaut haben. Wir haben die im Wasser ausgerichtet. Dazu werden sie verkeilt und dann im Mauerwerk verdübelt. Und damit man die Keile dann nicht umständlich wieder abstemmen muss, weil die sollen ja nachher eben zwischen dem Mauerwerk und dem Fensterrahmen verbleiben, haben wir uns die Keile oftmals so zugeschnitten. Die liefern auch ein bisschen mehr Grip, wenn sie mit eben diesen stehenden Fasern zugeschnitten sind. Und bevor wir die dann eben großartig abstemmen mussten, haben wir einfach die Keile, dadurch, dass wir eben diese kurzen Fasern hatten, konnten wir die einfach grob abbrechen und vielleicht noch mal ein bisschen nachgestemmt, dass sie wirklich hinter dem Fensterrahmen waren. Also wenn man die Keile ja für provisorische Einbauten nutzt oder eben wo man es nicht sieht, dann kann man vielleicht auch durchaus mal hingehen und sich die Keile eben mit querlaufenden Fasern zuschneiden. Aber in der Regel, damit eben eine Holzverbindung dauerhaft hält, sollte man eben Längsfasern wählen. Neben der Faserrichtung im Keil, also ob die Holzfasern mit der Keillänge, also in der Achse des Keils laufen oder quer dazu, muss ich natürlich auch die Faserrichtung im Werkstück beziehungsweise in dem Teil berücksichtigen, wo nachher der Zapfen drinsteckt, der verkeilt wird. Ich habe hier mal zwei Beispiele mitgebracht aus unserer Kurswerkstatt, die Hausbank und den Dreibeinhocker und da lässt sich das sehr gut erklären. Vor allen Dingen hier bei dem Dreibeinhocker sieht man das sehr schön. Da habe ich hier bei diesem kleinen Sprossenkreuz, bei diesen Streben hier unten, habe ich nämlich die Problematik, dass ich die Keile in zwei verschiedenen Richtungen setzen muss. Der Keil hat ja die Kraft, dass er eben den Zapfen auseinander drückt und dieser Druck könnte dazu führen, dass das Werkstück in Längsrichtung, also da, wo der Keil drinsteckt, in Längsrichtung aufgespalten wird. Also würde ich den Keil in dieser Richtung setzen, dann würde mir diese Sprosse hier auseinander platzen oder könnte mir auseinander platzen. Also muss ich sie hier bei dieser Verstrebung eben den Keil in dieser Richtung setzen. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, okay, aus optischen Gründen setze ich den Keil auch hier in dieser Richtung, dann würde mir der Keil die Beine auseinander drücken, könnte mir die Beine spalten. Also muss ich hier die Keile so setzen. Also ich habe zwei verschiedene Ausrichtungen für die Keile, damit eben die Werkstücke nicht aufspalten. Einmal so und einmal so. Zwei entgegengesetzte Ausrichtungen. Das Gleiche auch hier oben an der Sitzfläche. Auch hier, eben wenn ich hier den Keil in dieser Richtung setzen würde, könnte er mir das Werkstück spalten. Deswegen werden die Keile in der Sitzfläche alle quer zur Holzfaser eingesetzt, damit sich die Verbindung eben dauerhaft, damit die Verbindung dauerhaft hält und die Verkeilung nicht die Sitzfläche spaltet. Das Gleiche gilt natürlich für die Hausbank. Ich habe die jetzt mal hier auf den Tisch gelegt, damit man die verkeilte Verbindung hier oben an der Sitzfläche besser sieht. Hier wäre es vom Fertigen her, vom Machen her, wesentlich einfacher, wenn ich hingehen würde und sage, okay, alles ist zusammen, beziehungsweise bevor ich zusammenbaue, säge ich einfach die Keile in dieser Richtung hier so ein. Tue ich mir wesentlich leichter, dann kann ich einfach hier sechs Schlitze rein sägen und fertig und kann das dann verkeilen. Dann würde aber eben die Gefahr auf jeden Fall bestehen, dass ich mir mein Werkstück oder die Sitzfläche oder auch die Zargen hier, dass ich die der Länge nach aufspalte, wenn ich die Keile eintreibe. Es ist ein bisschen umständlicher, aber eben damit das wirklich hält und die Verbindung beziehungsweise das Werkstück nicht aufplatzt, muss ich die Keile eben in dieser Richtung hier so einschneiden. Dann werden die Verbindungen eben durch die Längsfasern gestützt und dann hält das auch. Das ist ein bisschen umständlich beim Sägen hier des mittleren Zapfens. Den würde ich einfach so einschneiden, wäre natürlich deutlich einfacher. Dann wäre aber die Gefahr eben zu groß, dass sich das Werkstück spaltet. Also auch muss ich den auch hier so einschneiden. Das ist ein bisschen umständlich, ist aber handwerklich die bessere Lösung. Das Schöne an gekeilten Verbindungen oder verkeilten Verbindungen ist, je nachdem für welche Aufgabe sie da sind und wie sie gefertigt wurden, eben dass die Selbsthemmung des Keils und so weiter gegeben ist, müssen sie nicht verleimt werden, halten also auch ohne Leim. Und das ermöglicht eben Verbindungen, die es erlauben, dass das Material, das Holz, in der Breite arbeiten kann. Zum Beispiel bei diesem Nudelbrett, auch eine Aufgabe aus unserer Kurswerkstatt, da werden hier die Stirnleisten, die verhindern, dass sich das Brett wirft. Die werden mit einem Zapfen hier montiert und der Zapfen wird verkeilt. Ansonsten kommt hier kein Leim rein und dadurch kann eben das Nudelbrett, das Backbrett in der Tiefe arbeiten, ohne dass sich Risse bilden können. Und gehalten wird eben alles nur durch diesen verkeilten Zapfen. Und da ich Keile ja nicht verleimen muss, kann ich sie eben auch für widerlösbare Verbindungen sehr gut nutzen. Hier an der Hausbank ist zum Beispiel die untere Querstrebe, Längstrebe hier. Da sind die Zapfen nur eingekeilt. Ich kann die also jederzeit wieder lösen und kann zum Beispiel diese Verbindung auch jederzeit wieder nachspannen. So eine Hausbank steht ja zum Beispiel draußen und ist der Witterung ausgesetzt und damit ich eben die gegebenenfalls nachspannen kann, ist diese ganze Konstruktion nur verkeilt und nicht verleimt. Solche Konstruktionen kann man sich gut zunutze machen. Wir haben schon mal ein komplettes Fachwerkzelt mit solch verkeilten Zapfen gebaut und das hält wunderbar. Es hat zehn Jahre im Einsatz, nachher haben wir es noch verkauft. Also mit solchen gekeilten Verbindungen kann man sehr schön, also gerade in dieser Ausführung, sehr schön widerlösbare Verbindungen machen. Eine andere Ausführung ist dieser Keilzapfen hier. Es ist eine japanische Holzverbindung. Der ist jetzt hier in der Ausführung mit zwei Zapfen gefertigt. Ist also ein Schwalbenschwanz-Zapfen, kann man sagen. Und auch diese Verbindung lässt sich jederzeit öffnen und schließen. Den kann man auch mit nur einem Keil fertigen. Dann muss eben diese Schräge hier vorne so gefertigt sein, dass sie mit einem Keil hält. Jetzt ist es so gefertigt, dass man eben zwei Keile hat. Einer von innen, einer von außen. Und diese Verbindung wird zum Beispiel in Japan für den Hausbau genutzt. Ist unter anderem auch ein Teil des Kurses japanische Holzverbindungen, den wir anbieten. Und diese Verbindung lässt sich eben auch vielseitig einsetzen. Ich habe hiermit schon mal im Rahmen einer Mittelaltergruppe zerlegbare Bettgestelle gebaut, die dann eben mit einem Keil funktioniert haben. Die gekeilten Verbindungen, also beide, sowohl die japanische, ja, der Schwalbenschwanz-Zapfen hier, als auch der verkeilte Zapfen hier, beide Verbindungen halten die Werkstücke im rechten Winkel zusammen. Also hier habe ich den Stollen und den Zargen, der im rechten Winkel zusammengehalten wird. Und hier werden die Wangen und die Strebe eben im rechten Winkel ausgerichtet, beziehungsweise der Keil in der Gesamtlänge trägt dazu bei, dass eben die gesamten Beine oder eben die Wangen hier, dass die im rechten Winkel auch zur Sitzfläche stehen. Deswegen auch die Länge des Keils ist da schon ein bisschen wichtig. Damit die Verbindungen einerseits wieder lösbar sind, also sich nicht irgendwie verklemmen und andererseits eben auch wirklich gut halten, müssen sie sehr sauber gefertigt sein. Also die Keile werden nicht nur einfach ausgeschnitten und gut ist, also mit der Bandsäge und so weiter. Das kann man machen bei der Sitzfläche hier oben zum Beispiel reicht es durchaus aus, wenn die Keile nur grob ausgeschnitten sind und nicht irgendwie gehobelt oder verputzt werden. Die werden hier sowieso reingeleimt und die Schlitze innen drin, die sind ja auch sägerau. Also da kommt sägeraue Fläche auf sägeraue Fläche. Das passt dann schon, wenn es verleimt wird. Aber hier bei diesen Verbindungen müssen die Keile eben wirklich schön glatt sein, dass sie eben hier den Druck auch wirklich auf die komplette Fläche wirkt und dass eben der Zapfen, der hier ja drin ist, der ist eben auch innen drin hier schräg gestemmt und der Zapfen gleitet hier, man sieht das jetzt schön da rein und dadurch wird alles im Winkel gehalten und es wird auch nichts irgendwie hinterstemmt, also dass da irgendwie nur hier die quasi punktuell anliegen, dann habe ich diese selbsthemmende Wirkung der Keile nicht. Also hier muss ich sehr, sehr sorgfältig arbeiten, um diese Verbindungen entsprechend zu fertigen und damit sie eben den entsprechenden Halt liefern und die Werkstücke wirklich im rechten Winkel zusammengehalten werden. Bevor ich es vergesse, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr von uns und lasst uns ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Das waren jetzt einige Beispiele oder wissenswertes Know-how zum Thema gekeilte Holzverbindungen. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, diese Verbindungen zu fertigen, könnt ihr einerseits mal die Tipps oder das Know-how nachlesen in unserem Werkzeug-Wissen-Blog. Da fassen wir das alles nochmal zusammen, was hier in dem Video gesagt wurde. Aber ihr könnt natürlich auch unsere Kurswerkstatt besuchen beziehungsweise einen Online-Kurs machen. Die Beispiele eben japanische Holzverbindungen, Dreibeinhocker und die Hausbank sind alles aus unserer Kurswerkstatt. Da schaut euch doch mal um, wenn ihr Lust bekommen habt, eben gekeilte Holzverbindungen oder generell Holzverbindungen zu machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Diktum. Das Schöne an kalten Verbindungen ist auch, dass wenn sie richtig gefertigt sind und je nach Ausführung und Aufgabe müssen sie nicht verkeilt werden, Quatsch, nicht verkeilt, verleimt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.diktum.org